So, da sind wir in der nächsten Folge, es ist das Creed, wir müssen ein Ziel gefangen nehmen. Und dieses Ziel, äh, dieses Ziel, warte mal, dieses Ziel. Anna Bramson, sehr, sehr schön. Oh, was haben wir denn da? Was ist denn hier unten? Ja, was haben wir denn hier Schönes? Und schwupps. Oh, nein. Und der nächste. Ja. Ja. Ja, Lektion erteilen. Ich muss erst mal hier plündern. Kriegt man hier seine ganzen Schwerter nicht wieder, hier ist es ja schon. Ja. Ja, schön. Hier ist, äh, würde ich mal sagen... Oh, kein Pornopriester. Ich brauche Messer, Messer brauche ich Messer. Und ich weiß, dass ihr Vögel auch immer schön Messer am Start habt. Nicht alle, aber hier zum Beispiel. Kuckuck! Lausch. Einen Scheiß muss ich. Ja. 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 Das war's für heute. Cool. Würde ich mal sagen, da haben wir doch richtig schöne Sachen gerade entdeckt. Du wirst es noch bereuen, wenn ich da rüberkomme. Oh. 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 Das hält mir gut. Ach du Alise. Ja, und da haben wir doch mal eben so ein kleines Unterweltdingen gefunden. Schönen Ringschirm. Hey, hey, stop right there, you little thief! Ist weiter! Ha! 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 Gucken ob da kein Zug kommt. Ja. Du! Bleib stehen! Halt! Ich komme rüber. Ich komme rüber. Ja. 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 Ich komme rüber. Ja. Dann hü champ. Ja. 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 Das war's für heute. Was ist das? Ah! 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 Todes Mädchen gut! Ja! Gut so. So, fressen. Ganz genau. Weiter. Weiter so. Was für ein Scheiß. Das kann doch echt nicht wahr sein. Weiter. 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 So. 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 da ist auch schon der glitchy weniger adler ach ne spieluhr m Auffälliger Krummsäbel. Auffälliger Krummsäbel Auffälliger Krummsäbel Auffälliger Krummsäbel. Das können wir auf alle Fälle verbessern. Auffälliger Krummsäbel. Auffälliger Krummsäbel. Auffälliger Krummsäbel. Auffälliger Krummsäbel. Gäng. Sir! Madame! Ladies! Gentlemen! Step over here and have a look at all my wondrous words! And you're the bloater! Perfectly! Oh boy! Delicious! Everything in reduced prices! Come, have a look! Lovely for them! Don't do it again! electrocute So, noch ist diese schmodrige Gegend. Wir machen jetzt die Gang-Mission und Ziel dieser Mission ist es. Scheiße. Die Gang-Mission. Den Gelben da unten, den müssen wir platt machen. Unbemerkt. Unaufgefordert. Unabhängig. Unabhängig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ging schnell! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, oh, oh. ja okay soviel dazu jetzt werden wir unaufgefordert ja ich kann nicht so warum kann ich die zu Jakob 1 wechseln das Wunder ist ein bisschen ach so Messer hier wäre noch nicht schlecht mal gucken ob er das ist natürlich jetzt hinterher so ein bisschen ich hab genug von ihr Mädchen zurück verschwinde von hier reist euch zusammen schau ratsch dich dein Kaumann verschwinde wir können nicht immer da rutsch verhalte dich ganz normal was soll das pst ganz ruhig lass mich du Ratte Sergeant Eberline will sie sprechen wer ich wüsste nicht wer das sein soll aber der Sergeant weiß wer sie sind hören sie ich werde alles tun lassen sie mich frei nehmen sie das geld erhalten sie ihr geld sie werden es brauchen so 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 an dieser Stelle eine kleine Pause bevor wir uns den Kindern widmen die so befreien gilt bis dann Bye Bye Bis zum nächsten Mal.